Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Wir haben gerade Pater Gascoigne besiegt. Mann, Zungenbrecher, ne? Und nun geht's weiter zur Oedon-Kapelle. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was zu tun. Wir haben den Schlüssel von Pater Gascoigne bekommen und können jetzt hier weiter. Ja, der gute Gascoigne, das ist an sich kein sehr schwerer Boss, auch wenn ich mich wirklich, wirklich doof angestellt hab das erste Mal bei ihm. Aber er hat eigentlich ein paar recht einfache Kombos. Der hat mich jetzt sehr oft noch getroffen wegen seinen blöden Follow-Ups. Da hab ich noch so ein paar Probleme, denen auszuweichen. Aber es ist schon machbar. Wenn man immer darauf achtet, ihn zu parieren, dann ist es eigentlich ganz, ganz gut hinzukriegen. Okay, Oedon-Kapelle. Da gibt's hier noch ein bisschen was aufzusammeln. Und wir haben auch ein paar Badges bekommen. Da werde ich gleich nochmal in den Traum des Jägers. Die Bergenworth-Spinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Ja, damit ist Rom gemeint. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Da gibt's auch noch eine kleine Lore dazu. Blut-Edelstein-Werkstatt-Werkzeug. Damit können wir jetzt nämlich Blut-Edelsteine einsetzen, was noch nicht viel bringt, da wir noch keine besitzen. Aber das kommt. Das kommt, Kinder. Sie hat voll die komischen Hände, finde ich. Sehr große, dürre Hände. Und ich wünschte auch, man könnte die Helme ausblenden. Ich fände das super. Die Oedon-Kapelle. Die Oedon-Kapelle. Das war's. Oh, ihr müsst eine Jägerin sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschatzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr. Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Denn sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Ja, dann ist es am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen hier kommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Ja, das werde ich tun. Nicht. Diesen Run nicht. Ich werde nämlich alle wegschicken. Ja. Fest verschlossen. Aber das kommt noch. Habe ich schon mit ihr gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen erstmal hier lang. Und werden mal diese Penner da erledigen. Hallo. Hallo Penner. Oh, ich dachte. Oh, hab ihn ja. Hatte ihn. Was sagst du? Bamm. Nein. Wo liegt er denn? Da liegt er. Sechs Blutviolen. Ich muss mir ein paar Level-Ups gönnen langsam. Das wird dann vielleicht ein bisschen einfacher alles. Eine Blutviolen. Und hier gibt es übrigens noch was Schönes. Neue Klamotten für uns. Zylinder, Jägergewand, Jägerhandschuhe und Jägerhose. Ich habe leider schon wieder verpasst, was das war. Verdammt. Der hat zwar nicht so viel physische Abwehr, aber gegen Stumpf ist er ganz gut. Und er ist sehr stylisch. Guck mal, das ist sogar schlechter. Obwohl es dieselben sind eigentlich. Aber das sieht stylischer aus. Die sind die gleichen. Die auch. Aha. Sosha mit Zylinder. Also hat was, ne? Hat was. So. Wow. Wo ist denn das? Irgendwo hier müsste Aileen stehen. Wenn ich sie nicht schon wieder verpasst habe. Aileen. Aileen. Wer ist sie denn? Ich bin gerade ein bisschen blind. Ich sehe sie nicht. Aileen. Oder? Steht sie hier? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe das nur gelesen. Ihr habt mir das mal gesagt. Ich hätte sie verpasst. Wäre ich damals nicht so blind gewesen, hätte ich sie irgendwo stehen sehen. Wahrscheinlich fällt sie mir erst ins Auge, wenn ich genau davor stehe. Ich kenne das ja. Das ist manchmal richtig... krass versteckt. Auf jeden Fall wird sie hier noch eine Weile stehen bleiben in ihrer Questline. Also wenn sie hier irgendwo ist. Ich weiß es jetzt nicht gerade nicht. Ich gehe erst mal hier runter. Der hat noch gezuckt eben. Ich habe es genau gesehen. Aileen. 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 Die sind ein bisschen stärker als die anderen, ne? Aileen. 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 Du bist auch eine elende Bestie. Also laber nicht. Bitte. Laber mich nicht zu, Junge. Das ist gar keine Tür. Ich weiß echt nicht, wo sie sein soll. Kaltblut. Nein, das ist meins. Okay. Hm. Ich glaube, die Mollys werde ich wieder verkaufen. Die finde ich leider ein bisschen unnütz. Und sie geben gutes Geld. Hier war sie auch nicht, ne? Auf jeden Fall muss ich mit einem weiteren Charakter reden, der sogar ein Covenant Leader ist. Der letzte. Und der hat einen Auftrag. Ja. Dummerweise habe ich nämlich die Questline nicht gemacht von ihm letztes Mal. Was aber auch nicht so schlimm ist. Damit sehen wir jetzt alles hier. Wenn ich das mache. Wo ist denn Aileen? Sie muss sie... Ne, ich glaube sie steht auf der anderen Seite irgendwo. Naja, das werden wir sehen. Ich frage mich jetzt nicht die ganze Zeit, wo sie ist. Ich achte jetzt einfach mal drauf. Wenn ich sie irgendwo sehe, dann ist das gut. Dann ist gut. So, der Typ da oben ist ein Arsch. Der schießt nämlich die ganze Zeit auf mich. Ruft noch seine Hunde zur Hilfe. Voll der Penner, hä. Pennerhals. Au. Hallo. Und er tötet mich. Dummer Hund. Und... Wie der schon aussieht. Hä? Habe ich mir nicht das in der Kapelle geholt? Scheinbar nicht, ne? Okay. Laufen wir halt schnell nochmal hin. Auf jeden Fall nicht ausloggen hier. Übrigens habe ich ganz vergessen zu sagen. Bei Gascoyne, wenn man den getötet hat, kann man sich danach beim Einsichthändler im Traum des Jägers seine Klamotten kaufen. Das werde ich auch machen. Weil die finde ich richtig gut. Die Klamotten. Echt. Die sind total cool. Also, die gefallen mir sehr vom Stil. Sehr, sehr gut. Die Lampe echt nicht angemacht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Die Kapelle. Habe ich doch, oder nicht? Ne. Ich habe die Lampe nicht angemacht. Okay. Brücke Drisilla wird nicht angemacht. Jetzt habe ich euch vergessen. Ja. Habe ich. So. Komm mal her, du Schweinebär-Mann. Die sind eigentlich total einfach zu parieren. PC. PC, PC. Gib mir was. Na. Okay. Aber 258 Blutechos. Das ist schon einiges. Das ist schon ein wenig. Ich hätte ja gleich umschießen sollen die Hunde und nicht draufhauen. Das ist immer so mein Fehler. Da haben wir ja. Da haben wir ja. Ein verdammter Fluch. Ja. Ist es. Doch. Länger als du bestimmt. Na komm, du Mistgabel-Mann. Oh, der Hund kommt zuerst. Genau deswegen schießt man auf die Hunde. Oh Gott. Oh Gott. Das hat mich jetzt fast getötet. Habt ihr das gesehen? Au. Du Arschbagge. Arsch aus Bakkus. Hier ist halt vielleicht Pennerhälse. Hätten die mich jetzt getötet, dann wäre das sehr ärgerlich. Das wären nämlich fast 3 Level gewesen. Diese 8000 Blutechos. Ne, das wären 3 sogar. Sogar 4 wären das gewesen. Oder? Ich bin ja noch unter 2000 glaube ich. Wum, 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 wum. Ah. Au. Mistvieh. Das ist so gemein. Da steht er da oben mit seiner Knarre. Ne? Schießt die ganze Zeit einfach nur. Ich glaube da kommt da nicht noch einer. Bam. Habt ihr so gedacht, ne? Ach, da war ja gar nichts. Ich dachte, das wäre noch was. So, wie gesagt, wir finden jetzt einen Covenant Leader. Aber nur, wenn wir seine Questline vollendet haben. Es gibt leider nur 3 Covenants im Spiel. Zu denen werde ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall hat dieser Covenant hier die Absicht, einen Holocaust zu begehen, wenn man so möchte. Aber dazu kommt gleich was. Ich werde später was dazu sagen, wenn ich das jetzt schon spoilere. Es gibt ja Leute, die wollen das mit mir gerne so ein bisschen selbst erforschen. Ich habe es jetzt zwar schon gelesen, aber man erfährt die wahren Absichten erst, wenn es soweit ist. Deswegen werde ich jetzt noch nichts dazu sagen. Ich hoffe, ihr seid damit konform. Gut, da ist er nämlich. Und hier liegt glaube ich nichts mehr. Nö. Okay. Na, mein Freund. Ihr seid eine Bestienjägerin, nicht wahr? Ja. Ich wusste es. Genau so habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Schützling von Meister Logarius. Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein. Aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Hm. Alfred, der Jäger der Ekelblüter. Wo haben wir einen Ekelblüter gesehen im Spiel? Oh, sehr schön. Wirklich sehr schön. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Feuerpapier. Und beten. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Wir müssen uns unendlich viel zu erzählen haben. Ähm. Na los. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Ähm. Die heilende Kirche. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja. Ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Bergenworth ist ein alter Ort der Lehre. Und das Grab der Götter, das unter Jarnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Jarnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenen Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Man muss dazu sagen, sein Meister Logarius, von dem er sprach, war ein Märtyrer. Also er hat sich selbst für die Sache geopfert, die Ekelblüter zu vernichten. Äh, ich würde auch sagen, die Ekelblüter sind in dem Falle eine schlechte Fraktion. Also, die wollen ja immer nur das reine Blut und dadurch eben die eigene Macht stärken, so wie ich das verstanden habe. Aber es ist alles ein bisschen, äh, ja, es geht hier nur um Macht wahrscheinlich. Aber ja, Bergenworth ist auch so ein gutes Stichwort. Das ist quasi die Lehranstalt der heilenden Kirche. Aber alles hat sich so ein bisschen zum Schlechten verkehrt, weil... Naja, unser erster Blutedelstein übrigens... Ne, wir haben noch einen, den werde ich jetzt auch nutzen. Und zwar dieses Rotjuwelbroschendings. Das können wir nutzen und können den Stein entfernen. Einen roten Blutedelstein. Damit können wir unsere Blutskalierung ändern. Das heißt zum Beispiel die Pistole stärker machen. Das werde ich übrigens auch tun. Oh man, das hat Angst vor Feuer, das Vieh. Hahaha. Au. Warum hast du mich getroffen? Nein. Ach, der greift gar nicht an. Ich dachte eben, der greift die ganze Zeit an. Jetzt. Ah, Mann. Du Penner. Au. Nein. Macht man nicht. Na. Du Arsch. Ich mag die Wehrwürfe nicht. Aber der hat eine Blutsteinscherbe. Damit können wir unsere Waffe weiter aufrüsten. Ähm. Ja, wie gesagt... Es geht hier im Prinzip alles nur um Blut. Das ist ein bisschen komisch zu erklären. Also ich habe das auch nur so überflogen, die Story, die Lore. Der Joe hat ja immer Laws geschrieben. Aber... Ich habe mir die ehrlich gesagt nicht alle durchgelesen. Denn ich wollte mich da wirklich nicht spoilern. Denn Spoiler sind immer so ein Ding, was mir ein bisschen den Spielspaß nimmt. Auch was die Story herausfinden angeht. Aber ja. Ich hoffe, ihr habt das getan und habt ein bisschen was mitnehmen können davon. Werde ich natürlich auch noch irgendwann nachholen, hoffe ich. So. Hier geht es auch schon weiter. Da werde ich aber noch nicht weiter gehen, weil ich möchte mich oben erst noch umsehen. Unter anderem will ich noch Aileen finden. Auf jeden Fall wollte ich sowieso noch in den Traum des Jägers. Und dann machen wir das gleich, dass wir zur Oedon-Kapelle zurückkehren. War hier nicht noch was? Weißt du noch was? Kräftigender Blutcocktail. Oder kräftiger Blutcocktail. Nicht kräftigend. Ja, hier unten gehen wir dann später weiter. Erstmal in den Traum. Ein Traum, dieser Traum. So. Mein Liebchen. Ich wünsche mich, ich wünsche aufzuleveln. So, wir nehmen Blutfärbung. Geschick und ein Vitalität. Und Dankeschön. So, dann wollen wir mal gucken. Hier können wir jetzt nämlich mal schauen. Wir haben eine Batch bekommen. Dadurch können wir uns jetzt unter anderem den Kirchenhammer kaufen. Den ich aber nicht möchte. Die Repertierpistole macht glaube ich zweimal, ne? Zwei Kugeln auf einmal. Ja, die finde ich total unnütz. Und sonst haben wir nichts mehr, ne? Jawoll. Das Jägeranführer-Medaillon, das können wir uns kaufen für die Kathedrale später. Äh, werde ich jetzt aber auch noch nicht tun, weil ich möchte die Blutechos ehrlich gesagt nicht so investieren. Ja, und hierfür brauchen wir übrigens zehn Einsichten. Die haben wir ja. Dann kommen die Viecher raus. Und dann können wir einkaufen. Aber die sind ab jetzt glaube ich immer da. Also, solange ich eine Einsicht habe, kommen die immer wieder. So, hier können wir auch kleine Glocken kaufen. Und da kann ich in anderen Welten helfen. Zack. Das habe ich nämlich verwechselt letztes Mal mit der Glocke bei einer der Bestie. Das war ein bisschen doof von mir. So, kaufen wir uns die Klamotte von Gascoyne, habe ich ja gesagt. Die ist supergeil. Ich finde die super, also vom Aussehen her auch. Die ist, die gefällt mir richtig gut. So, Gascoyne, 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 Gascoyne. Ah. Auch an Sorscha sieht die richtig lecker aus. Schlecker. So, hier, Mann. Das war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst. Aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Das hört sich immer noch pervers an, German. Also, ein alter Mann... Muss ich dazu nur was sagen? Warum habe ich eigentlich den Sägesperr? Achso, dann habe ich mal getestet. Ein alter Mann und eine Puppe. Ne? Also ganz ehrlich. Was macht der wohl mit der... Na egal. So, Bluedelstand Verstärkung. Ähm... Ich kann die Knarre gar nicht. Okay. Ach, die habe ich noch gar nicht verbessert. Ha. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Punkte dafür. Ähm, ich werde mir meine anderen Klamotten verkaufen. Die, die ich doppelt habe quasi. Sehr. Ach, komm mal. Die Mollys verkaufen wir noch. Die Uhren verkaufen wir. Das behalten wir mal. Feuerpapier sowieso. Haben wir noch was zum Verkaufen? Den... Ne... Das Jägergewand. Das hier war... Das hier hat ein bisschen mehr Abwehr in dem. Die hier sind immer gleich. Auch die sind immer gleich. Haben wir noch was Doppeltes? Gut, das Fremdlandzeug. Die Startklamotten quasi. So, und damit hätten wir eigentlich auch fast wieder was für ein Level ab, ne? So, ich werde die Pistole noch ein bisschen nutzen, bis ich in das Schloss von Cainhurst gelange. Um mir dort den Avalent zu holen. Das ist nämlich eine richtig gute Waffe für Decks, glaube ich. Soll ich mal den Sägesperr aufrüsten? Ich will... Vielleicht nicht bei diesem Ding hier bleiben, bei dem Stock. Aber ich mache es mal... Eigentlich nicht, ne? Aber was soll ich machen? Oh, warte. Blutedelstein für Stärkung. Da können wir nämlich schon den Blut... Den Mäßigungsedelstein. Wiedergewinnungspotential und physischer Angriff. Ja. Und hier machen wir dann... Gar nichts rein. Okay. Ich habe nämlich letztes Mal in die Pistole den Blutedelstein eingesetzt. Das gibt, glaube ich, plus sieben auf Blut. Bin mir grad nicht so sicher. Naja. Mal so, mal so. Okay. Und dann können wir uns eigentlich noch ein Level ab? Warte mal, wie viel brauche ich denn da? Wie viel... Ja, ja. Quatsch, nicht so viel. 3100. Das mache ich doch noch. Mache ich doch noch. Hol ich mir ein bisschen Ausdauer. Wie wäre es damit? 3100? Ja, das war sogar zu viel. Egal. Äh... Ausdauer. Ja. Ich habe ja gesagt, Geschick, Blutvererbung, Ausdauer und Vitalität wird es sein. Arkan... Mache ich dann im nächsten Durchlauf mal sehen. Also ich werde voll auf Vitalität gehen. Ähm... Kathedralenbezirk. Das war's. Ja. 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 Warte mal, hier eigentlich noch... Gab's doch nicht noch was? Erstmal nicht, ne? Wow. Der Sackmann hier kommt später. Hallo. Gib mir noch Leben. Jawoll. Ich finde das fies, dass es auch während der Animation noch sinken kann, der Lebensbalken. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ja. Gegen die ist es voll doof, mit der normalen Waffe zu kämpfen. Nämlich halt die Reichweite. Die Reichweite der Kette. Sam. Da oben gibt's eh nix mehr, aber ich hol mir das schon mal, das Wissen. Denn nachher können wir hier über diese Stelle in die verlorene oder verbotene Stadt Yahagul. Die die verborgene, nicht verbotene. Die Stadt Yahagul gelangen. Hoppala. Der lässt sich hier gar nicht staggern, der Schweinehund. Schweinehund. Hallo. Nein. Mhm. Au. Was mach ich denn? Stirb. Warte. Da hast du bestimmt Tränke, ne? Ne, Kugeln. Okay. Ja, hier komm ich leider noch nicht weiter, denn ich hab das Zeichen nicht. Aber hier gibt's noch ein bisschen was zu plündern, das nehm ich doch gerne mit. Ein Holzschild. Ich probier das echt mal aus, ob das gegen den Wahnsinn hilft, aber ich glaub's nicht. Später diese komischen Augenviecher. Ne. Ähm. Gegen die soll's angeblich helfen, wenn ich den Schild hochhalte. Und ja, Computer, ich weiß, dass ein Java-Update besteht. Also... Kannst mich jetzt mal im Ärmel schmatzen. Na, auf jetzt! Das blinkt die ganze Zeit, Leute. Das macht mich wahnsinnig gerade. So, zumachen. Zack. Ich bin das echt nervig. So, komm mal her, Kerle. Kerle, komm mal her, Kerle. Es läuft, Kerle. Die kommen total einfach. Man geht einfach hin, wartet bis er ein ganz kleines Stück den Stab hebt und dann haut man zu. Voll gut. Au. Oder man lässt sich halt ins Gesicht schlagen. Nicht sinken. Aha. Wenn's mal so, wenn die Ausdauer runtergeht. Also die Lebensenergie so kurz. Lufiole. Guck mal, der kleine Mann kommt. Na, Blutsteinsscherbe. Duh. Nuh. Luh. Du bist total einfach. Nuh. 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 So, hey. einfach mal die Beine weggehauen da ist er geplatzt so da oben komme ich glaube ich jetzt auch noch nicht weiter da das Tor zu ist ja hierfür bräuchten wir jetzt eigentlich die Badge diese Hunters Badge dass das Ding aufgeht aber ihr seht es nur ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor ja dazu kommen wir noch aber warum man hier unten die Tür zu machen kann freut mich ja und das Baby werden wir ja auch nicht finden so viel sei verraten wo ist denn Aileen? sie steht hier irgendwo glaube ich Aileen ich logg den erstmal an da komm her Kieselchen hör mal her die riesen Keule die er da hat gefährlich hallo der lässt sich nicht stagern ah ich hänge schon wieder fest hallo sag mal das ist bescheuert komm her ploff ins Gesicht hat das gehört? piu hallo 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 so ein Pennerhals komm her jetzt ok diese Krähe Dreckvieh hallo komm wie sie guckt blablabla blablabla mmhm wir gehen so ein bisschen die Kugeln aus merke ich gerade Wir gehen die Kugeln aus. Das ist nicht gut. Hallo. Hi. Ich brauch dringend ein paar Runen, aber bis es soweit ist, will es noch dauern, bis ich die Runen bekomme. Bis ich die Möglichkeit hab, Runen einzustimmen, mein ich. Hallo. Au. Au. Du Arschgesicht. Hör auf. Hör auf damit. Du Sau. Au. Blause... Okay. Blauselex hier. Man darf damit nicht rennen übrigens, dann kann man da sehr gut Feinden... Wow. Sehr gut Feinden ausweichen. Hallo. Frächte die Beine. Komm, haut zu. Oh. Hallo. Wie ich ihn halt nicht treffe. Hallo. Ja, gefällt dir, ne? Soll die Beine schlagen. Warum geht das nicht? Ich dachte, man kann ihn ja gut staggern. Au. Gott. Alles klar. Junge. Drei Blutviolen. Ja, gut. Äh. Ja, warum? Warum? Warum hat der mich gewischt? Diese scheiß Krähe da, ne? Die hat mich gekillt. Okay. Komm her. Komm her, kleiner. Keiner. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Nein. Nope. Nope. So much nope. Bist du dir gedacht, Dicker, ne? Ich war viel zu weit weg dafür. Ach, komm. Ja, ja. Geht nicht immer, wie man denkt, ne? Kann ich bestätigen. Was? Ineffektiv? Was? Was ist in der... Oh, du scheiß Vieh. Diese gleiche, der rum... macht... Wow. Es ist ja noch eine. Du Dreckige. Dreckige. Wo ist denn Aileen jetzt? Ich weiß nicht, wo Aileen ist, Leute. Versteckt sie sich, die olle Plunz. Aileen, du Plunz. Ich glaube, ich habe sie schon übersehen. Ich gehe gleich nochmal zurück. Was? Wo ist die Panneln? Dickerchen. Ach nein, ernsthaft? Nein, die Dickerchen. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ein Fernrohr. Ach, das ist schön, das Fernrohr. Das ist eine super Sache. Ja. Ich muss einfach mal hier alles zerstört haben. Ja, ja. Darum tritt vor. Beurteilen 66. Ich mache mal schlecht. Boah. Da regen die sich auf, die Viecher. Na gut, Leute. Aber der Part ist lang genug. Ich mache hier mal... ...geites Poisskönnen. Ich würde mich freuen über etwas Liebe. Und wir sehen uns wieder zu Bloodborne.